so weit haben wir jetzt noch ein king of the hill aber da gehe ich jetzt mal gerade kurz auf klopfen sofort zurück so 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 Ein bisschen, äh, Pumsen. Perfekt getimed. Gibt es nur die eine Waffe tatsächlich hier, oder? Ja, anscheinend. Nein, was machst du denn, du Vollidiot? Lass es mal da reinkommen mit dem Ding, oder was? Das sagt sie sich auch immer. Ah, hier. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Nein, so! Halt so! Aber ich hab dich gar nicht... Hör auf in der Scheiße! Okay, das war klar. Ich hab den ersten schon irgendwo abgekriegt. Mist! Mit den Musketen kannst du voll Sniper machen! Aber irgendwie haben die was hier, gerade auf der Map hier. Das klingt so ein bisschen wie... Nicht Call of Duty, doch Call of Duty so ein bisschen. Ja, bei dem, wo du noch in der älteren Zeit spielst, nicht dieser 2042 Future Mist. Ne, wird war 2, wo du am Strand startest und sowas hier mit Frankreich gegen England und sowas. Boah! Hör auf damit! Jetzt war ich... Genau, klar. Wobei ich das World War 2 fand ich sogar relativ gut als Call of Duty. Das war einer der Beste. Die Story muss jetzt sowieso spielen, das ist sowieso klar. Das ist schon geil gewesen. So, gucken wir mal an den Punkt. Hier brauchst du auch nicht so ewig mit dem Punkt... Das kann man ja einstellen. Ja, du kannst ja jetzt alles einstellen. Warte mal auf damit. Nein! Die Idee hatte ich auch. Deswegen bin ich eigentlich auf dich aber zugekommen. Aua! Warte gesliped! Aua! Hehehehe! Hehehehe! Aber du bist sicher nicht gewollt. Aber die Map macht auf jeden Fall mehr Spieler. Ah! Seid! Hör auf jeden Fall! Au! Ehhhh! Tum! Alter, der eine Spawnpunkt ist so voll mitten Der ist mitten in so tiefen Sand Oh, wie du geflogen bist gerade Oh, nicht schlecht So Alter, geh mal hier Ja, ich weiß, ich hab's gemerkt Du wolltest nicht auf mich zugehen Und dann sagst du dir Hör auf damit Scheiße Ich sag, ich krieg dich mit meiner auch noch Ich kann das auch, Kev Ich kann das auch Das stimmt nicht, das war aber alles gelogen Mein, 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 das geklaut oder ob sie werden Mein special move Das ist nicht wahr Markus, wenn sich zwei Blondinen streiten gleichzeitig, ne, dann sitzt der Mann da neben und guckt zu Ne, wenn zwei Blondinen sich streiten, dann äfft sie da dritte Äh, du Aschloraka, zwei, beide gleichzeitig kurz Geh mir nicht auf, was ich in Ruhe So, wo ist der, eigentlich die Gäste Der auch zum Silber D rum Ja, der auch da, ja, ja, ist der auch, dass der da irgendwo sitzt Sitz und snipet Genau wie du Aber im Gegensatz zu dir bin ich nicht tot Ne, nicht Zurecht Du Sack, Alter Die gleiche Idee hatte ich mich auch, die Idee hatte ich mich auch gerade, da hoch zu werfen Hallo Markus, wie geht's dir denn so? Mir geht's gut und dir? Mir geht's gut und dir? Mir geht's gut und dir? Was ist los, Ivan? Ja? Es geht Es geht Frisiert Das ist nicht wahr Jetzt ist mal irgendwann gut, ey Ja hat jetzt ist jetzt ist irgendwann mal hier das ist das problem bleiben kann ich nicht mit dem ding na ja vergiss da stand du es hat sich auf der anderen seite erwartet ja das hast du gewonnen scheiße nein 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 auch eine coole mit macht laune mit den musketen ist mal was anderes weil es immer nur das borden tod so ja